Musik Vier Stück nebeneinander sind wir. So, das nächste Gerät Gravity, jetzt geht es rund. Musik Ah, da rauf, zeige ich wieder. Das ist wie bei den Regierungsmaschinen, oder? Ok, bis her gehts. Noch halten wir es aus. Musik 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 Herr Oberbürgermeister, wie war es? Musik 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 Ziemlich viel Gravitation, 3G, 4G, 5G, wahrscheinlich ähnlich wie bei einem Raketenstart. Wenn es da so rund geht, kann man jetzt entspannt in jede Stadtratssitzung gehen, weil so rund kann es in der Stadtratssitzung gar nicht gehen, oder? Kommt auf das Thema drauf an. Schlimmer geht es immer, war es schlimmer? Für jemanden, der Höhenangst hat wie mich, war beides Folter. Also ich habe vorher zum OB gesagt, manchmal wünscht man sich eine Sitzung in wenigen Momenten. Heute war es zweimal. Vielen Dank.